Musik 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 Während am Bahnhof Zittau ein Zug zur Fahrt ins Gebirge aufbricht, warten die Teilnehmer einer Fotoveranstaltung bereits auf das Highlight des Tages, die Dampflokverladung auf einen Transportwaggon. In früheren Zeiten wurden Lokomotiven, die nicht vor Ort repariert oder hauptuntersucht werden konnten, überwiegend mittels Regelspurtransportwaggons ins zuständige Auspassungswerk befördert. Heute haben Tieflade-Lkw diese Aufgabe weitgehend übernommen. Umso seltener ist daher das Spektakel der Verladung einer mehr als 40 Tonnen schweren Dampflok mittels Rampe zu beobachten. Musik Für die Teilnehmer einer Fotogüterzug-Veranstaltung bot die Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft SOEG am Vortag der Hauptveranstaltung, dem 13. Oktober 2015, die Gelegenheit einer entsprechenden Vorführung zuzuschauen. Die rund 500 PS der in Rumänien gebauten Diesellok 199-018 hatten eher leichtes Spiel mit der Einheitslok. Königungsraum Königungsraum Kabofat Königungsraum Königungsraum Norddeutscher Rundfunk 2020 Im Echtbetrieb wurden Dampfloks natürlich nicht unter Dampf verladen, aber diese Abweichung musste man hinnehmen, da die 99749 am nächsten Tag für den Fotogüterzug gebraucht wurde. Etwas ungewöhnlich erscheint auch der Einsatz des Eisenbahndrehkrans zum Verschub der schweren Last. Mit seiner Hilfe wurde der beladene Wagen auf der Drehscheibe platziert, wo er von allen Seiten in Augenschein genommen werden konnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch auf dem üblichen Wartegleis sollte unsere Fuhre noch einmal präsentiert werden, um anschließend der Entladung beizuwohnen. Mit der Arbeit der Kumpel des ZDF, 2018 Mehr veure子 für funk, 2017 Und dann wird auch untertitelung des ZDF für funk, 2017 und sie werden sehen können auch schon immer johnbergabreich sind. Vielen Dank. Schließen möchte ich diesen kleinen Bericht noch mit einer herbstlich trüben Szene aus Jonsdorf, die das Wetterwunder des Folgetages umso erstaunlicher macht. Doch davon erzähle ich später im nächsten Film. Untertitelung des ZDF, 2020